Fahr, fahr, fahr doch, Alter! Was machst du? Haschrecht, haschrecht, haschrecht. Meine Fresse, jetzt haben wir einmal den Top, weißt du? Und wer tanzt ums Auto? Also, da war ich wieder zum Loot. Okay, erstmal der Blick durch den Fallschirm. Richtung Südwesten fliegt noch jemand. Hinter uns sind einige. Und ja, Südwesten halt sowas, ne? Okay. Dacia in der Garage. Ja, okay, kann man benutzen. Werden wir vielleicht auch gleich brauchen. Oh, geiler Game Start. Vierfach. Loll. Wahrscheinlich direkt mit der Nase drauf gefallen. Ich kenn dich, Alter. Mündungsfeuer und ein Energy Drink, okay. Muss ja nicht oben was sein, oder? Nö, geil. Richtig geiler Game Start. Ich spawne im Haus und finde den Energy Drink. Toll. Wieso Benzin ist ein Dacia? Ich hätte hier Benzin. Ich hab nicht nachgeschaut, wie viel. Das ist ein Held, Alter. Ich tu halt grad lieber Looten. Irgendwie verständlich. Irgendwie schon. M16A4 ist da. Nice. Mündungsfeuer Dämpfer geht nicht. Schade. Wir brauchen Energy. So ne Sniper Rifle oder ne Shotgun. Ah, lieber Shotgun. Warte, was? Du hast grad nicht ernsthaft ne Sniper Rifle gegen ne Shotgun eingetauscht. Ich sagte, es wäre schön, wenn ich sowas hätte. Ah, okay. Dann hab ich das falsch verstanden. I have dreams, okay? Okay. Warst du schon im Turm drin? Wahrscheinlich ja. Nö. So ein Bauernhaus und dann halt die weiteren Derei und so. Okay. Cool. Cool Story, Bro. Cool Story, Bro. Noch mehr Benzin. Das ist ein Zeichen. Ich sollte etwas davon mitnehmen. Irgendwie hat das Looten aber nicht ganz geklappt und ich hab wieder keinen Rucksack mitgenommen. Geil. Ach, weiß was. Hier ist einer in dem Haus. War es Rucksack? Ich hab einen. Dann ist gut. Nö. Ne. Ich hab in den ersten beiden Häusern irgendwie zwei oder drei Rucksäcke gefunden. Aber ich hab irgendwie... Zwar gelootet, aber das Spiel nimmt nicht mehr irgendwie alles mit, weil keine Ahnung warum. Das sieht mir auch aus. Das Spiel hasst mich halt einfach. Okay. Bist du eine doppelläufige Schrot? Da fragst du noch? Natürlich. Okay, ähm. Hier im Haus unten drin. In der Garage. In der Garage. Okay. Ich, ähm. Mach erstmal diesen Haus hier fertig. Diesen Haus. Bist du oben fertig mit der Reihe? Also das eine, wo ich grad bin, das hab ich oben gelootet, ja. Ja. Also wenn du fertig bist, dann könnten wir zur anderen Siedlung. Ja. Beziehungsweise... Hospital. Ne, Hospital sind, denk ich. Ja, Hospital ist Hotspot. Also hier. Würde ich hin. Da war ich schon drin. Aber ja, unten ist die doppeläufige Schrot. Ja, ich gönne mir die erstmal. Ist hier sonst noch irgendwas drin? Ein Helm oder sowas bräuchte ich noch. Helm? Was selbst zu legen? Jetzt zaubert dir erstmal ein Helm dabei. Kann man wetten, oder? Ich bin bestimmt in einem vorbeigelaufen, weil ich... Ah, dann liegt ja. Hinter dem Benzin versteckt vor allem. Ja, nice. Das erste Witz, was ich nicht mitgenommen hab. Ich hab ja die Häuser markiert. Da würde ich erstmal... Unter Ruins, okay. Ja. Ey, von Ruins. Ja, 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 ja. Aber Hauptsache an Schule vorbeifahren, oder? Ja. Passiert mich doch nicht, Junge. Die werden uns eh nicht auf ballern. Ey, ich schwör, wenn du jetzt die Karre aufs Dach legst, ne? Das waren die Driverskills, Junge. Das waren die Driverskills, Junge. Das waren nicht Lack, das jetzt noch steht. Das waren die Driverskills. Ich schwör, wenn du jetzt in der Bombenzone dir die Dreckskarre aufs Dach legst, ne? Siehst du? Hier, Driverskills. Jaaa. Na guck, dass du aus der Bombenzone rauskommst. Warte. Warte, warte. Hier, Driverskills. Warte, warte, warte. Enjoy die Driverskills. Maximum Kappa. Was ist los? Enjoy die Driverskills. LOL. Ja, Driverskills, Alter. Siehst du die der Driverskills? Ich hasse dich. Ich hasse dich, Alter. Siehst du die? Alter, ich hasse dich. Erstmal, Clint. Ich hasse dich aufs tiefste. Das sind die Driverskills. Mit jeder Phase deines Körpers, Alter. Ich hasse dich. Ey, weißt du? Ich flieg da so und denk mir so, oh fuck, jetzt ist die aufm Kopf. Und dann so, bam, easy. So geil. Ich hab die Karre schon achtmal aufm Kopf gesehen, aber lassen wir das. Ja, ist okay. Ist okay, Driverskills. Mach doch ein Taxiunternehmer auf, ganz ehrlich. Ganz ehrlich. So, wo bist denn du drin? Ich glaube wir haben die Häuser durch, oder? Ja. Äh, Mister. Ja. Ich habe ihn nicht mehr. Da. wahrscheinlich hast du einfach beim fahren der glück als verstanden da war das ist verstand und driver skates okay kein glück oder muss das so ich schätze mal so packst du deine autos generell in der garage oder genau das platsch fahren immer platz sparen immer platz sparen das habe ich von den albanern gelernt deswegen habe ich so geparkt willst du eine m16a4 ich hätte eine skl die ich nehmen würde natürlich will ich eine m16 die kindergarage drin okay ah ja ich habe eine nade also das problem mit dem auto hat sich erledigt ja sagt er jetzt dann ist er gleich kaputt durch die karre steppst du gerade hier rum ja wo ist die da mit 60 munition habe ich den gelegt oh danke okay kann ich find something else please oh ja die smoke cool cool story bro kann ich habe mich ich kann die haben ich und da ich es da vorne ist ein jeep also ich du den hätte ich jetzt mal nicht nutzen sondern wir können da kurz hinlaufen türen sind wie ich sehe alle zu also da dürfte keiner sein ein jeep sagt da weißt du der renner bei mir noch nicht mal alles klar mal kurz hinlaufen hat er gesagt wie war das nicht weit 100 meter wie war das eigentlich mit autorun was autorun autorun ich habe keine ahnung auf was es gebeindet ist cool story weiß nur das das ist bei mir auf what the fuck was 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 ich wollte gerade ein red dot ins inventar ziehen und hatte dann irgendwie schwarz das betrifft warum dies so richtig und sich noch gut hallo ob diese kassel der zocker so kompensator für scar ist da die kompensator ist jetzt gut also nichts falsch ja ja ich weiß dann ist gut okay jetzt muss ich noch mehr hast ich habe eine fange das ist mir eigentlich scheißegal kompensator bei n16 ja sagst du es nur mich zu ärgern habe ich halt wirklich gefunden hat er halt wirklich gefunden okay sagt man das heute so ja so sagt man das legst du richtig war die bude in der zone ja eigentlich schon die wievielte zone ist das weite oder so die ist noch voll groß ja ich weiß es nicht gleich mal ein jeep man er hat seine große pläne da wo ich markiert abgehen wir also wenn man die mann kackt den jeep ansteigen würde da steht ein watsch Okay, das war ein Planänderung. Wir gehen hier rein. Willst du campen oder bist du action? Keine Ahnung. Du fragst mir immer Sachen, auf die ich keine Antwort habe, Alter. Und dann erwartest du, dass ich irgendeinen Plan habe? Also, okay, ich würde mich hier verkehren, wenn es ohne kommt, würde irgendwas auf YouTube angucken, irgendwas schneiden und dann, wenn es ohne kommt, würde ich einfach wieder... Ja, ja, erst mal drei Twitter-Posts verfassen, die Morgenszeitung lesen, was noch Reddit posten und lesen. Ah, warte, stimmt. Da ist Streambeer gerade. Und da ist Streambeer. Ich weiß. Er spielt der Hunter Call of the Wild. Ja, der hat gerade immer Subgames gemacht, glaube ich. Du weißt, dass er ein Subgame gemacht hat? Aber ich bin halt leider kein Sub. Beans Batman? Doch. Also Skyrim fand ich bei ihm nicht so geil, muss ich sagen. Achso? Ich fand das gestern irre witzig, wie er die ganze Zeit verreckt ist. Doch wie witziger fand ich, dass er es dann einfach nicht aufgegeben hat, so, ne? Das ist weniger. Aber er hat seinen Hut am Ende bekommen. Das muss man ihm lassen. Ja, da sitzen wir nun im Keller und warten. Komm, das Game ist so langweilig wie Sean, ne? Drop. Ey, kommt, der ist so nah, wir gehen da drauf. Ja, danke fürs Zusehen, wir sind tot. Ey, kommt, das Game ist so langweilig. Können wir mal ein bisschen Spannung reinbringen, oder? Okay. Warte, warte, ich will was testen. Da ist der Drop. Können wir schaffen, können wir schaffen. Ich weiß, was du vor hast. Und was? Da ist immer einer, Motorrad. Motorrad. Komm, easy. Wir können schaffen, können wir schaffen. Ich bin gerade so dumm. Einer ausgenockt davon? Ja, ja. Wo ist der andere? Einer tot. Wo ist der andere? Weiß es nicht. Ach, du heilige Scheiße. AWM? Meine. Ja. Und Kili. Ding du. Komm, fahr, fahr, fahr. Nein, den will ich. Na, dann ja. Nice, mate. Alter, nice. Der hat eine Adrenalinspritze, der hat es schnell wechselt von dem Ding. Okay. Ähm. War aber auch sofort dauerhaft. Wenn wir hier weiter sind, dann sind wir tot. Also, ich würde jetzt wieder wegfahren, wie du sagst. Ja, fahr, 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 komm. Ach, du heilige. Ich will nicht länger bleiben. Okay. Es ist doch eine leichte Inkompetenz von mir, mate. Müsse. Fahr, fahr, fahr doch, Alter. Das machst du. Haschrecht, haschrecht, haschrecht. Meine Fresse. Jetzt haben wir einmal den Job, weißt du? Also, da war ich wieder zu lootgeil. Muss ich sagen, ich war viel zu lootgeil. Warum? Der Typ hatte achtfach, vierfach Sanitäts-Tasche, erste Hilfe-Koffer. Okay, läuft. Deswegen, da war ich viel zu lootgeil. Aber die Kotze reicht, Junge. Großer Easter. Und Gilly's tut, Junge. Na, der Gilly, der ist nice. Und vierfach. Also wirklich jegliche Scheiße. Und an der Adrenalinspritze, so ein Scheiß halt. Ich überleg grad, wo wir hingehen. Keine Ahnung, man. Vielleicht Ferri Pia oder so? Oder das Dorf davor? In irgendein Fuckboy-Haus. Mag hier mal irgendein Fuckboy-Haus. Ah, Junge. Wies. Genau. Das ist so, dass wir gehen nicht auf uns. Das ist so, dass wir gehen nicht auf uns. Ah, du Scheiße. Ja, ich sehe auch von wo. Bist du wieder oben? Ich krieg grad die Scheiße zu nicht zu, aber ja. B bis 285. Ähm. Warte, 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 warte. Ähm. Wo? B bis 285. Okay, sehen. Nee. Da ist raus. Er hat mir erst ganz dran. Come on. Ah, Mist. Ah, Mist. Bye bad. Aber ich hab den mal noch ordentlich an den Ball eingewiped, Alter. Ah, schade, Mann. Schade. Ah. Ich stand halt blöd. Ich stand echt blöd. Also, ich wusste halt nicht, wo ich hätte besser stehen sollen. Ah, ob ich gut stand. Naja, mal schauen, ob das auf YouTube kommt. Ich weiß es nicht. Falls es kommt. Vielen Dank. Wirst zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis dann.